Hallo liebe Chili Gang und Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Picksack! Picksack! Mit dem lieben Dizzy Haina! Picksack! Mit dem lieben Matschi Haina! Ich kann's auch hoch springen, schade! Hey! Alles Rexy bei dir? Alles Rexy? Alles Rexy? Alles Rexy bei dir? Alles Rexy? Ja man! Nein, das freut mich, dass alles Rexy bei dir ist! So Leute, und ich wollte mich einfach ganz herzlich für euch bedanken! Für die ganze Likes, für die ganze Kommentare auf der letzten Folge! Auf unseren Nacken! Vielen Dank! War sehr sehr nice! Ihr habt wieder alles gegeben! Ja man! Tryhard-Modus! Ja, es war auch nice! Aber den Cerberus hat einfach mega Bock gemacht! Ja, das ist echt so! War übertriebenlos! Das ist richtig geil, der Viecher! Boah, brutal! Ja! Und heute, haben wir wieder was krasses vor! Nämlich, eigentlich hab ich mir nur die ultra krasse Sache aufgehoben dafür, dass es den wieder da ist! Ja, Ehrenmann! Nämlich, geht jetzt das nächste los! Ghost Dragon Thème! Ghost Dragon Thème, Freunde! Ich weiß noch nicht, ob ich dafür bereit bin! Ich hab, ehrlich gesagt, keinen Plan, wie wir das am besten machen! Ich glaube, wir nehmen uns einfach einen Greif und ich greif dich und dann... Dann geht's los! Und dann schieß du! Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob man besser sehen kann, die Schussbahn, wenn... Mit dem Greif das macht oder mit dem Peter Nolan? Warte, darf ich nicht mal mit dem Greif greifen? Er greift mich! Und du guckst... Oh! Er greift mich mit dem Greif! So, kannst du jetzt gut was sehen, um zu schießen? Nee! Gar nicht, wahrscheinlich, ne? Doch, nach hinten raus geht's easy! Nach hinten raus ist richtig gut, aber... Ja, ja! Das sieht schon richtig süß aus mit deinem Slime da hinten drauf! Danke, danke! Der Slime dreht übrigens ab und zu mit deinen Augen, das sieht mega creepy aus! Das müssen wir mal ihm zeigen! Ah, ja! Ja! Bleib mal hier! Ich beobachte dich! Ihr guckt euch das an! Warte, bei mir dauert's... Das sieht so mega creepy aus, ey! Jetzt, jetzt! Oh, Leute! Einmal rund! So, auf jeden Fall, wir haben genug Pfeile am Start, wir haben noch ein paar nachgemacht und... Ja! Jetzt geht's los! Wir machen uns auf den Weg, gucken, dass wir einen finden und dann... Ja, ich muss dich halt die ganze Zeit im Schlepptau haben, ne? Ja, stimmt! Oder ich dich! Also, wie du möchtest... Ja, mir geil, wie du das machen willst! Wer... Willst du? Wer ich? Du bist Sniperlord, ich bin auch Sniperlord, also es nimmt sich nichts! Es ist relativ egal! Du darfst mich gerne tragen, wenn ich hier nicht zu fett bin! Okay! Ah, warte mal! Ne, Machi hat Workout gemacht, Freunde! Ja, ich will... Deswegen... Ist das... Ist das okay? Okay, okay, okay! Okay, dann würde ich sagen, Leute, wir machen uns auf den Weg, suche einen schönen Ghostwake und dann sehen wir den Kollegen! Oder? Jo, können wir so machen! Okay! Dann bis gleich! Bis gleich! Brrrr! So Leute, wir sind wieder da! Hey na! Und hey da! Da ist er! Ich bin ein bisschen low, weil ich gerade von einem Wolf gefissen wurde! Aha! Und es ist auch noch kalt! Aha! Und der Drache kommt mir ein bisschen näher, aber ich mag es! Wir mögen das so, die Drachennähe! Ich muss jetzt sagen, ich sehe nicht mal den Drachen richtig, aber ich treffe ihn! Das ist gut! Ich bin Profi auf dem Gebiet! Ja, ich bin echt Profi auf dem Gebiet! Woran hat's gelegen? Nein! Sniperlord! Der Drachenlord! Ich wollte es gerade sagen! Oh nein! Ich habe hier eine Schneeröstung, oder? Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott! Nein! Oh nein! Ich habe irgendwas gedrückt, was ich nicht wollte! Okay, weiter! Das Ding ist, ich sterbe in der Kälte! Ja, ich versuche aus diesem Gebiet hier raus zu fliegen! Okay, das wäre super! Oh, ich habe dich nochmal getroffen! Sag mir, wenn es ganz eng wird, bitte! Äh, unterfett leben! Oh Gott! Das Problem ist, ich kann jetzt Vollgas geben, aber dann... Au! Was war das? Okay, der dreht ab! Der dreht ab! Scheiße, was mache ich denn jetzt? Äh, äh, äh... Was machen wir jetzt? Boah, ich verstehe! Ist doch dabei! Äh... Äh... Ich weiß es nicht! Oh, ich habe auch kein Leben mehr sehe ich gerade! Oh nein! Diese Geduldung nicht haben! Nein, nein, nein! Okay, Leute, wir ziehen uns kurz zurück und wir kommen gleich wieder! Ja, okay, 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 bis gleich! Okay, bis gleich! So, Leute! Wir sind wieder am Start! Und diesmal bin ich... ...Ultra-Fell-Matschi! Ich bin's Ultra-Full-Dizzy, äh, Full-Dizzy vor allen Dingen, Alter! Äh, ist das der Drache? Ist das vielleicht der? Ne, oder? Doch! Das könnte sein! Echt? Der flüchtet, der flüht... Flüchtet der? Ja, das ist der 28er! Als ob wir ihn wiedergefunden haben! Junge, das war nicht geplant! Das war echt nicht geplant! Das war überhaupt nicht geplant! Wir sind einfach... Random hier lang geflogen! Oh, ich werd' gleich angezündet! Ich werd' nicht jetzt so was für angezündet! Nein! Wo ist er? Äh, hinter uns! Seh'n dich! Aha! Doch, ich seh'n! Headshot! Nice! Ich treffe einfach! Wenn du sehen würdest, was ich sehe! Ich seh' halt gar nichts! Ich seh' nur deinen Fußhallen! Echt jetzt? Ja! Nein! Okay, das sieht aber gut aus! Ja, ja! Wir kriegen ihn, Matji! Wir kriegen ihn! Ich bin auch mega zuversichtlich! Oh, ich flieg' gleich in den Berg! Ja, das sollten wir nicht machen! Das ist nicht so cool! Hab' ich gedacht! Vor allem, wenn ein böser Drache hinter einem her ist, dann ist das... Wow! Ja, das wusste ich! Wusste ich! Ich mach's extra spannend für die Zuschauer, Freunde! Alles für euch! Ich hab' nur ein bisschen Angst gehabt! Okay, das war nicht geplant! Das war nicht geplant! Das war nicht geplant! Ich hab' mir in meine Hose gekotet! Ich hoffe, das nimmst du mir nicht übel! Nein! Ach! Oh, hier fliegt's ein bisschen! Schade! Ah! Ach Gott! Können wir kurz nach Hause fliegen? Ich glaub, wir müssen ja echt komplett von vorne betäubt! Weil vorher hat mir ja schon so weit, dass er geflohen ist, Mann! Uh, das war auch knapp! Ja, ein bisschen! Aber wir leben das knappe Leben einfach! Ja, ist so! Ich wüsste nicht, wie ich das hätte alleine machen sollen! Ich glaub, da hätte ich einfach so'n Käfig gebaut, der wahrscheinlich viel zu klein geworden wäre! Und, äh, hätte da irgendwie versucht, einen zu sperren! Da war das ja schon echt schlimm gewesen! Blied er? Naja, das ist im Moment auch sehr, aber... Ja, 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 immer noch! Was? Okay! Ich sehe dich! Aber du machst noch Schaden, oder? Ja, ich mach Schaden! Gut! Du hast sogar fast jeden Schuss! Ja, ich mach halt... Ich seh die Schüsse, dass du triffst, aber ich habe die K-Ansicht an, dass ich halt auch hinten zeigen kann, was abgeht! Ja, ich wünsch dir, ich könnte auch zeigen, was abgeht! Weil ihr seht gerade nur, wenn mir ein Gryphon ist, aber das ist okay! Das ist okay! Weißt du, dann müssen wir jetzt durch! Für'n Drachen muss man alles tun! Vor allem für so'n Miesen, ey! Wie sieht's da wieder aus? Ja, ja, alles easy! Jetzt! Der Fleet! Oh, er fliegt! Okay, hinterher! Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn! Aber ich kann ihn, glaub ich, so nicht! Schieß, ich schieß, glaub ich, dich an! Jetzt hab ich ihn! Nochmal! Down, down, down! Nice! Oh, nett, bitte nett da rein! Oh Gott! Es ist da rein, ich seh's nicht! Ja, es ist da rein! Schade! Aber es sieht... Junge, guck mal, was der um sich rum hat! Ja, richtig! Das ist immer so ne Magiefeilen! Nice! Da sind die immer so richtig angekettet! Das sieht voll geil aus! Ich pack mal ein bisschen Primey draus! Ich wollt grad sagen, Primey hast du am Start, ne? Ja, Mann! Okay, fertig, kurz! Nice, Freunde! Nice! Ja, erzählt! Erzählt mit mir! Nice! Oh mein Gott! Ahhhh! Jetzt wollen wir nur noch für dich noch einen! Da müssen wir uns noch mal so ein bisschen quälen! Ja! Alter, da müssen wir glaub ich noch mal Pfeile nachholen, wenn wir noch mal einen guten haben wollen, ey! Ja, das stimmt! Das wird nicht ganz reichen! Ich hab gerade locker 100 Pfeile durchgeballert, aber... Kriegen wir schon hin! Nice! Nice, 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 nice! Ja, Leute, ich würd sagen, wir lassen den Kollegen dann mal ein bisschen zählen, dass wir... das wird wahrscheinlich echt ein bisschen dauern! Ich weiß nicht, wie das mit der Beteuerung aussieht, wie geht die schnell runter? Nö! Ich seh's grad gar nicht! Nö, das geht mega langsam runter! Jogi, der sieht so sick aus, ne? Oh Gott! Mann! Ich... Ich... Ich kanns kaum erwarten, das Ding zu fliegen. Und wir haben schon nachgeschaut, der Sattel ist auch nicht so teuer. Ja. Der kostet... Warte, 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 warte... Oh, ich weiß grad gar nicht. Geist... Geistachensattel, da. Nur Leder, Eisen, Bahnen und Fell. Also, mega Schnäppchen. Achso, ich kann den ja noch gar nicht machen. Hehe. Was, Leder, Laser, Eisen und? Leder, Eisen und Fell. Nice. Ja, den machen wir doch. Oh, ja, gegessen! Oh, wie heftig der zähmt! Der zähmt echt gut! Ja, Mann, nice. Okay. Okay, Leute, ich würd sagen, wir machen dann nochmal ein Kettchen. Ja. Und dann treffen wir uns... Dann treffen wir uns wieder, wenn der soweit ist. Oder wenn wir noch einen haben, am besten. Damit wir auch beide ein bisschen unterwegs gehen können. Ja, Mann. Okay. Ja, bis gleich! Bis gleich! Brrraaa! So, Leute, wir sind wieder zurück. Hena! 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 Was haben wir denn gezähmt? Geisterich. Geisterich. Glaub ich... Geisterich, dass ich den unten antaste. Ich war so richtig so... Geistdrachen. Und dann Geisterich. Und dann hier noch ein Geistdrache. Und hier noch ein Geistdrache. Noch ein Rex. Und wenn ihr den coolen Namen für einen Geistdrachen habt, dürft ihr gerne den in die Kommentare schreiben. Dann überleum ich einen, der sexy ist. Dürft ihr bei mir auch gerne. Weil mein Geistdrache darf gerne einen schönen Namen von euch haben, wenn ihr einen schönen Namen habt. Genau. So! Und dann würde ich sagen, probieren wir einen aus. Und dann nenne ich den sexy Waxi hier. Den sexy Waxi. Oh, Junge! Oh, Junge! Wie... Oh, Junge! Oh, Junge! Ich habe den Geistdrache angegriffen. Vielleicht hat es da ran gelegen. Wir hatten gerade wahrscheinlich kurz Mate Boost irgendwie mal. Kann das auch... Junge, aber... Mach mal Feuer, Drache! 32 mit Dot. Okay. Das ist halt nicht so viel, aber... Ja! Ich werde den Ausdauer ein bisschen skillen. Ja, komm! Oh, Junge! 2.000 Ausdauer! Easy! Junge! Ein bisschen Leben. Ich mache 10.000 Leben voll und dann geht es auf Schaden weiter. Aber... Junge! Junge! 460 mach ich, wenn ich jetzt schon mache. 460? Muss gleich mal probieren. Junge! Das freut mich. Ja, ich mache 10.000 Leben. Komm, komm! Nice! 10.000 Leben... Gewicht... 1.000 vielleicht... Ah... Nee! Okay, das wäre zu überständet. Mache ich 8.000 Gewicht oder mache ich Rest in Damage? Jetzt wird nur noch Damage geskillt. Ah... Ausdauer! Ausdauer, Freunde! Oh Gott! Ja, ich habe 2.000 Ausdauer jetzt. Okay, das sollte ich vielleicht auch mal anvisieren. 2.000 sieht gar nicht mal so schlecht aus. Oh, Junge! Wie cool das ist mit dem die großen Flieger... Hast du schon mal K gemacht? Richtig. Das muss ich gleich mal machen. Auf jeden Fall. Oh, das sieht so schön aus! Das sieht so schön aus! Ich bin grad mega happy. Ja, Mann! Ja, der... Ich bin... Mir fehlen grad ein bisschen die Worte, weil... Ich weiß noch, wie wir am Anfang vor diesen Viechern immer weggeflüchtet sind, ey. Ja, wir sind immer so heftig weggerannt, Alter. Und dann... Wir hatten so Angst vor dem. Komm, du alter Eis-Elf! Eis-Elf? Wild-Eis-Elf! Schade! Wild... Warum ist das Fett schneller in sich? Was ist das für eine Kacke? Querze auf damit! Stirb jetzt! Okay, Querze sind ganz schön am quälen, auf jeden Fall. Da komm ich nicht hinterher. Der halt Querze hat nie so gequält, schade. Soll ich dir mal Wild-Eis-Elf helfen? Der ist jetzt tot. Okay, nice. Ich wollte einen Wehrwolf machen, die geben Todeserfahrung. Okay, okay. Nehm ich. Ich tanke Stamima. Dann können wir von mir aus los. Okay, okay. Also ich bin startklar. Was? Okay, let's go. Nice. Oh, K-Ansicht, Freunde. Oh mein Gott. K-Ansicht ist einfach nur... K-Ansicht ist übersick. Übersick. Das sieht richtig gut aus. Nice. Das sieht so gut aus. Ohhhh. Geil. Ich... Ich bin jetzt den Tag zu rumfliegen jetzt bitte. Ja, ich bin echt so. Jetzt, wer wollte es denn jetzt? Ich dachte, wir sind fast zu zweit, weil ich mir mach echt so viel Schade. Okay, dann wird das ganz schön. Geht schon. Auf seine Nacken. Sieh. Und ich geh auf dir, kann das sein? Ja, ich bin halt gut. Oh, Leute. Das ist ein Ghost Dragon Sandwich, schade. Schade, schade. Aber... So, ich hab jetzt 10 Level in Schaden gesteckt. Okay. Mal gucken, wie viel Schaden ich jetzt mach. 581... 1400? Was? 1400 war der Headshot wahrscheinlich. Aber das ist mal jung, ja. Ich mach jetzt 528. Und wir fliegen... Wir fliegen mit den Dingern, Alter. Lass uns doch mal überlegen, wie schnell wir damit auch unterwegs sind auf der Welt. Wollen wir mal Richtung Böses Gebiet vielleicht? Auf jeden, komm. Le Go. Irgendwie bin ich unterwegs, als wir noch einen Wehrwolf abfahren. Weil die geben so heftige Erfahrungen. Da bin ich fast dabei, wenn wir einen finden. Weil die campen immer nur da oben bei uns an der Ecke. Schade. Das stimmt. Die alten Camper-Lords. Die wollen immer in unser Haus gaffen. Aber warum machen die diese? Ja. Wir haben mal überlegt, wir sind hier gestern mit unserem Cerberus hier rumgerannt. Und jetzt können wir hier einfach langfliegen und das so schnell, Mann. Richtig gut, Mann. Obwohl so schnell ist es glaube ich nicht mal. Das sieht nur so schnell aus, weil er so groß ist, glaube ich. Das kann so sein. Weil ich bin gerade hinter einem Querzehr geflogen, ich kam nicht hinterher. Aber, was soll's. Schade. Ich bin nicht direkt so übertrieben da. Junge, das ist so... Alter, ich bin sehr... Ihr sitzt hier so richtig so mit einem dicken Grinsen vor mir zu. Ja, nein. So richtig. Ich wollte euch schon die ganze Zeit so ein Ding haben. Ich auch. Die ganze Zeit. Das ist der Shit. Oh, Junge. Da kann ich nochmal ordentlich damage skillen. So, mal gucken, ob wir hier was schönes finden. Oh, ich weiß nicht, ob wir... Hier, wollen wir den hier erstmal? Oh, achso, sorry. Haben wir uns denselben ausgesucht. Nice. Oh, da guck, Golem. Golem kommt und kippt. Easy. Komm her! Oh, Junge. Ich wurde gerade voll von dem zurückgehauen. Au! Der macht gar nicht so viel Schaden, ne? Alter, ich sehe es bei mir nicht mehr richtig. Nee. Nö. Einfach nö. Nö, einfach nö. Wollen wir mal mit so einem Zyklopending hier? Ich hintere einfach voll rein, sorry. Oh, 1.009 Schaden! Ja, ich mach richtig Schaden. Das ist der Headshot Main. Hast du schon gedingst? Hast du schon gelevelt? Achso. Nee, tatsächlich. Weil die haben ordentlich Level gegeben, die Boodies. Warte. Junge, wenn wir da vorne High Level finden, ziehen wir sofort, ne? Das weißt du. Ja, ja. Safe. Der ist... Ja! Werf halt mit Stein! Ja. Böses Ding, du. Der alte Stein hätte nicht mit Stein geworfen. Junge, ich bin fast verlockt, mal diese komischen Lord anzugreifen. Oh, diese Boster, oder was? Wir sind echt stark. Wir sind richtig stark. Ich mein, ich glaub' ich, oder? Wir können's probieren, Alter. Wir können halt fliehen, oder? Können wir fliehen, hier war nicht so schnell, ne? Nee, nee, nee. Der ist, der ist ultra der Typ. Ultra der Typ. Wir können ja vorher nochmal irgendwie hier, einmal irgendwie was kennen, was es freundliche Erfahrung gibt. Ja. Hier, komm. Komm, Kollege hier. Ich mach' 1.100 Standardschaden, das ist schon nicht wenig, oder? Das ist, äh... Meine Oma hat früher immer gesagt, beschweren kann man sich da eher weniger. Ja, das stimmt. Meine auch. Ja, lass' mal hier hin fliegen, kannst du das? Warte, ich brüch' nochmal 1, 2, ne? Oh, Junge, da, da ist er. Ich mach' jetzt nicht ganz so viel Schaden, warte, warte, warte. Okay. Okay. Das Gold will ich auf jeden Fall behalten, das ist gut Gold. Ich weiß ja echt nicht, ob wir dafür bereit sind. Ich weiß nicht, ob wir dafür bereit sind. Ich weiß nicht, ob dort Schaden vielleicht irgendwo. Oh, du kannst da nachkommen. Ich will auch nochmal ein bisschen Erfahrung abstauben. Hast du die Diff? Level up für mich, easy. Nice. So, okay. Oh, hier ist noch ein Golem. Okay, dann müssen wir den auch nochmal eben. Ich will auch Erfahrung. Okay, ja. Hauptauf. Nice. So, nice. Und jetzt geht's dem Overlord an den Kragen, hoffentlich. Wie viel Leben hast du? 10.000 auch? Ich hab 10.000, ja. Ich auch. Okay, das geht voll in die Hose, aber... Ich wollte grad sagen, nachher geht's richtig in die Hose, aber... Wir probieren's, oder? Ja, weiblich Cyclops ist auch da. Weiblich Cyclops. Okay, ich hau mich richtig auf den Sack. Jawann, voll rein da. Nice. Oh, wir hauen nicht auseinander. Ich glaub auch. Ich glaub auch. Ich auch nicht. Der hat überhaupt keine Chance. Der hat echt keine Chance, glaub ich. Aua. 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 Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Alter, ich bin fast tot. Ich bin tot. Du bist tot? Ja. Nein, der Todeslord hat Matschi besiegt. Wie? Ich bin mit 3 HP rausgekommen. Wie überhaupt? Auf einmal hat der so viel Schaden gemacht. Der hat so einen Dodge-Schaden gemacht, man. Ich hab die ganze Zeit... Zum Glück haben wir noch einen Ersatzdrachen. Ja. Oh nein. Aber... Oh wow, diese Todesfürsten der Tödlichkeit. Der Todes... Todesfürsten der Tödlichkeit. Die hat mich, Mann. Aber richtig. Kannst du mich greifen? Kann der überhaupt greifen? Ich hab keine Ahnung. Achso, du bist hier, oder was? Ja, ich... Ich leb noch, aber... Oh. Terrorburn, oder was jetzt? Nein! Was ist denn hier? Wenn ich dich finde, nehm ich dich sofort mit, Mann. Ich bin tot. Ich bin tot. Und ruck. Ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht. Ah, ich bin bei... Bei dem Ultra. Ja, ja, genau. Da, ja. Oh, du bist noch ein bisschen. Okay. Jetzt... Bleib. Hab dich. Okay. Nice! Ich geh nur noch raus. Okay, raus hier, raus hier. Das war keine gute Idee. Was war das? Junge, hat der Schaden gemacht auf einmal. Der hat 600 Schaden gemacht. Ja, ja, super. Immer wieder. Genau. Boom, boom, boom. Alter, Junge. Aber zum Glück haben wir Ersatz machen. Also ihr könnt immer noch den Ersatz machen, äh, Dingsen. Aber vielleicht sind wir bis zur nächsten Folge auf dem High-Level oder so. Dann nehmen wir uns das Chat hier nämlich mit. Machen wir uns. Aber ich würde sagen, wir können eigentlich fast die Folge beenden, oder? Ja. Würde ich auch sagen, oder? Wir haben ein bisschen was gelassen. Wir haben das eigentlich. Nein. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wird ja bei uns selber eine positive Werte freundlich. Wart ihr sie? Auf unsere Nacken, Freunde! Dann sehen wir uns hoffentlich alle bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und Tschüssi! 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 Haut rein! Tschau! Tschüssi! Tschüssi!